Hallöchen Jürgen und Willkommen zu einer Runde AVA Aliens, Aliens of Valiant Arms zusammen mit MrLowGefx, mit CRD und dem Dr. Delfringer. So, wir spielen ja, wir gucken mal in der Runde hier rein, eine Folge lang und wir haben eben schon versucht repetiert aufzunehmen, ist auch ganz lustig, da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und wenn ihr selber den facken wollt, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und ich bin tot. Und in der Beschreibung gucken, das Link, äh, das Spiel ist kosch, das ist los. Und wir gucken jetzt mal, was wir hier reißen können. Erinnert mich so ein bisschen an Counter-Strike. Ja, nur ein bisschen hektischer. Also ist so von der Art her, nur ein bisschen hektischer, wie Delfringer gerade schon sagt. Ja, klar, wahrscheinlich. Ach nee, der gehört ja zu mir. Ja, das ist, ich werde es noch nicht zu verkennen. Ja, das ist, ich werde es noch nicht zu verkennen. Nein, das ist, ich werde es noch nicht zu haben. Ja, ich werde es noch nicht zu verkaufen. Mann, hat der mich, äh, schnell erwischt. Leck mich nochmal ab! Ich geh halt, b***h! Ja, der hängt doch. Klar weg. FIRE IN THE HOLE! FIRE IN THE HOLE! Guck mal was das Messer ist. Aber ich dachte, da hatte ich gerade einer vom Gegner. FIRE IN THE HOLE! Wundervoll. Da hat er schon geschickt. NEIN! Scheiße! Es ist Gewinnungssache. Ich gucke CRD zu. Und ich gucke CRD nicht mehr zu. Uh! Habe ich nen Headshot! BITCH! BITCH! Mit Lachen einsammeln? Ich muss mich echt anbekommen. Ich bin doch. Habe ich einen Headshot. Wow, verdammt, er hat einen Sniper gehabt. Hat schon gewundert, was geht denn hier ab? Von der Grafik her ist es natürlich kein, ja, das haut keinen vom Hocker von der Grafik her, aber ich finde es eigentlich nicht schlecht so. Das ist halt kostenlos und ist ganz schwierig zu spielen. Das lässt sich auf jeden Fall ganz gut spielen. Und der Fiff macht nämlich das Richtige. So, 3, 2, 1 und da, hier ist kein. Wow, das Camper, Alter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist der jetzt tot, der da hinten war? Ich weiß, wo ein Arschloch Camper sitzt. Jetzt ist er tot. Sollte nicht mit der Sniper in der Nahkammer. Da, 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 da. Autsch. Wow! Wow! Alter, hab ich mich erschrocken! Boah, ich drinn mich auf der Faust der A vor mir. Oh! Ah, diese Scheiß-Campfer. Die, die, die... Ich mach mir die... Oh, ich hab ne fucking Sniper, jetzt muss ich noch nicht mal leben, ich will sie behalten. Das ist meine. Die Sniper ist cool, aber ich bin tot, fuck you! Boah, hab ich mich erschrocken. Das Sniper ist wirklich cool. Wie ender ich denn die Waffe? Ist das Sniper voll? Kann ich das irgendjemand endern? Du kannst sie auch sammeln von nem drückem Gegner. Ja, das Sniper ist wirklich voll schade. Der kämpft hier immer noch drückem Scheißhaus. Der block'ster 5. Ahn... Nein, die Sniper spannt. Wohuhu Wohuhuhuu? Guck mir B***ys an dir! Ich kenn den quasi wechselnur. Das selber 난 sonst da. So würde ich sagen ich diskonnekte ihn. Ich will echt keinen Sniper haben! Warum? Das Sniper ist echt gewöhnungsbedürflich, da werden die sich auch runterziehen. Also ich hab 3 Schüsse, hast du dann erst die 3 Klicks behandelt. Was? Tim undлюд. Ich fand die Snapwärts nicht schlecht. Kann man hier irgendwie rüber? Nee, mit Fenster kann man nicht, ne? Ich schaffte es aber, es wird noch richtig Spaß. Woher wusste, dass ich da stehe? Der hat doch einen. Nein! Scheiße! Kannst du anderen auch wie zu? Klasse wechseln! In der Runde, das wäre doch schön. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, leckt mich am Arsch! Wie gesagt Leute, wenn ihr das Spiel da ausspielen wollt, ein Link ist ordentlich beschreiben. Und hier muss ein Gegner. So, jetzt sind wir in der nächsten Runde. Und ich habe rausgefunden, mit F1, F2 und F3 kann man wem welche, ähm... welche Klasse man spielen möchte. So, wir spielen jetzt Sniper. Was haben wir hier denn? Pendlers. Kann ich den Pendlers verwenden. Ich habe das Gefühl, das bringt nichts aus. Wow! Ja, das bringt wirklich gar nichts hier. Bin tot. Oh! Oh, es gibt auch eine Auto-Sniper. Das ist schön. Hä? Dreimal mach mir Dreimal... Aber die nicht so viel schaden. Hinter mir läuft doch noch. Hey Peter Langstrumpf! Lalalalalalalalala! Lalalalala! Ich bin tot! Okay, B**ches. Jetzt kommt mal zu. Ich warte. Da habe ich den Zerde erwischt. Ich versteh diese Sniper nicht, die macht nix. Außer boop. Ach du hast die so ne Scout abgeladen. Der die silenced, der die. Deswegen macht die Boop. Der ist toh, oder? BITCH! Der hat mich mit der AK gekillt. Nein. Was wollte das denn, Delfringer? Ich wollte das Messer. Ja, das hab ich gemerkt, danke. Du hast mir die einmal getroffen, Arschloch. Steht einer hinter mir und ich... Ja, ich hab auch null, voll AP. Steht einer hinter mir und ich hör die ganze Zeit nur duf, duf. Und ich denk mir, hä, was will der denn? Warte, oben steht Delfringer hinter mir. Anscheinend muss man das genau treffen mit dem Messer. Nein, ich hatte Respawn Projection. Das hat irgendwann... Ja, da kann man einfach drauf fallen und man gewinnt alles, oder so. Scheiße! Was steh ich denn hier so dumm rum, verdammte Scheiße! Mann, von zwei Seiten Delfringer, leck mich! Das gibt mir jetzt einen Blutwurst, Alter. Das gibt mir jetzt einen Blutwurst. Ich bin noch kein Camper und brauch auf meiner Stelle stehen. Du bist schlecht, Logi. Ich weiß. Ich will doch unten nicht mit dem Haus verstecken! Oh, leck mir doch mal Arschloch, der alle campen wollte kommen jetzt, bitch! Ich verstehe nicht noch... Ich verstehe nicht noch. Ich kann nicht mehr was da... Oh Mann! Kommt das schon mal an, Chef? Ich bin ganz gut durch. Arktisch. Strategiepunkte hab ich bekommen. Habt ihr auch schon Strategiepunkte? Das ist, glaub ich, die Währung, oder so. Hallo, ich hab einen Strategiepunkt. Nein! Okay, wir spielen jetzt mal F2. Infanterie... Aua! Infanterie ist denn... Das Wort! Au! Au! Ich steck dir die gleich auf. Ich nehm meine guten alten Bekannten aus Resident Evil mal ne Runde. Wauhohohohohohohoho. Alter, das ist kein Shooter, das ist Horrorspiel. Ich hoffe, die mich jetzt schon erschrocken hab. Feuer in the hole! Feuer in the hole! Und dann kurz gesagt, Moin Arschloch, Brünn! I saw you, Leck. Okay. Ja, klar, der hat doch an. Da kam ein Schießen um die Ecke gesprungen. Ich hab mir mit jedem Schuss getroffen. Au. Wut? Dieser Armhaustyp hat an. Dieser Armhaustyp hat durch die Wand geschossen. Ich hab jetzt einen. Hab ich ihn, hab ich. Hab ich ihn, hab ich ihn. Rrrrrr. Okay. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Leck, wieder am Arsch. von wo haben wir gestaut gestrichen voll wir versuchen den Händen zu rein wir versuchen den Händen zu rein mit dem Händen zu rein au das ist ein Händler, der steht da die ganze Zeit und chillt und wenn du stehst. Hab das noch? Endem ist die halalalala Was ist die in der Hand? Ja. Ich hab ein kleines Massaker. Warte, wie? Ja. Spürst du das alte Kid wiederhauen? Das war besser. Ich hab ja mehr Kids gemacht. Oben im Turm ist einer. Ach! Jetzt! Arne KD ist so grotten schwierig. 18 zu 14. 9 zu 3. Das war der Ort? Ja Wir haben das ja auch Symptomen Ich muss ja Oh Helvringer Ja Nein Nein Wir schaffen das noch Alter, sehe ich 6,5 bis jetzt Ja WTF, warum macht man das noch mal Weil man kein Zahn mehr Also ich find das ja lustig Die Fieber sind dann bis in die Gegend Die Fieber sind dann mal die Fieber Oh Oh Ach Mal wer mit Haben wir Fire in the hole Ich schwör Ich hab die Gummihände Ich hab ne Gummihände in der Hand Ich hab keine Munition mehr Mit F kannst du Waffen aufnehmen Oh Oh Boah, jetzt kann der noch nicht so Nein, nett schon Logi, du Arsch Na? Du scheiß Camper Ich hab dich noch nicht einmal gesehen Du kämpfst die ganze Zeit wahrscheinlich dahinten Er kommt auch keine 2 Meter, weil ich ihn die ganze Zeit töte an Oh 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 Autsch Dann nimm A Wundervoll, dass er neben mir gespawnt ist Double kill Und jetzt kommt der verdienter Drop one girl Komm her Fuck Ja Aber das Jimmy gefällt mir gerade Das gefällt mir ohne Scheiß, Leute Und wenn du AHHHHH Schnell ins Gewinn Ich hab mich erschrocken Schnell ins Gewinn Ich fes Und ein Scheiß verfickter Camper bist Dann nimm mein Messer und Entferne ihn von diesem Mord Was will ich woanders Jetzt bin ich hier gefällt Oh 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 Auch nicht für Munition Lalalalalalalalalalalalalala It's harm Bitch Feuer in the hole Feuer in the hole Ich bin eigentlich die Beste im Spiel, nur du kannst damit einfach nicht umgehen. Die hat einen Griff. Ich bin der Beste, ich bin der Beste. Da waren zwei. Nein! In der Arschloch, ich hab mal vorne aufgehalten auf ihn. Meine Schatz verbessern sich. Ich darf auf jeden Fall nicht unter Skala zu fallen. Gelato! Nein! Ja klar, für schon Delslinger, du mieses Arschloch! Hahahaha! Was ist hier mit dem? Was sagst du dazu, Delslinger? Ich bin... Ich wache den Spiel aus. Ich bleib bei meinem geliebten MW2. Oh ja. Ja, die waren noch gut. MW1, MW2. Ich kann nicht stehen für mich werde. Ohohohohohoooo. Ohohohohoho. Das war eine Traumse. Leute, haben wir hinter mir. Na, Luggi. Ja, das Hurencamper. Ja, dieser Satangele ist so ein Scheißcamper, aber die ganze Zeit schon. Hast du die jetzt erst gesehen? Ja. Nein! Fünf Kills noch, fünf Kills noch, Leute. Dann hat sich die Sache für Dead Ringer und Modifix erledigt. Ja, ich hab Lars gekriegt, oder? Ich hab Lars gekriegt, oder? Ich hab Lars gekriegt, oder? Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende des Videos angekommen. Und wie gesagt, wenn ihr mal selber zocken wollt, selber ausprobieren wollt, von der Grafik her, vom Menü her, finde ich es jetzt nicht perfekt. Perfekt, also das sieht schon so, teilweise so nicht allzu schön aus, aber ich denke mal, das kann man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Aber von der Mechanik her, vom Spiel her, finde ich es nicht schlecht. Ich finde, das kann man ruhig mal zwischendurch chillig zocken, wenn man lange Weile hat. Äh, ist nicht schlecht. Und es ist halt ein Free-to-Play-Shooter. Und Dürft ihr nicht vergessen. Also für Free-to-Play, finde ich das nicht schlecht. Deswegen würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn ihr das selber mal anzockt. Den Link findet ihr natürlich Unternehmlafschreibung, das Spiel ist kostenlos nicht zu vergessen. Und dann würde ich sagen, hau da hin. Bis dann,ack bist du schon. Toodaloo Tschüss Tschö